Feuert ihr an, Jungs? Ne, das Schiff, das lassen wir da. Das ist uninteressant. So, Leute, ihr habt leider ein bisschen Pech, weil ihr seid uninteressant. So, von daher habe ich es einfach mal versucht. Ne, gibt Sachen, die brauchen wir nicht. Äh, wo muss ich denn da? Oh, ich muss im Dänse rum, alles klar. Dann soll ich mal um die Dänse rum, das ist ja kein Ding. Ah, schön. Oh ja, das Segel, nur kleine Schiffchen. Die sind gleich schon rum. Hier. So, auch gut, mehr. Wen, kommen, und... Ich weiß nicht, so fahrne. Hier. Ich möchte aber mein Ding nicht aufrüsten. Das ist schon aufgerüstet. Wollt ihr den absenken oder was? Was wollten ihr machen? Seid dieses Fernsehs auch. Wollt ihr das wohl machen? Das würde mich jetzt nicht mehr interessieren. Was habt ihr vor? Was haben wir denn vor? Ah, da ist er. Eine herbe Enttäuschung bist du, Thatch. Er ist entschlossen zu bleiben, sagt er. Zum Teufel mit ihm. Und alle sollen hängen, die dem Bastard in die Vergessenheit folgen. Was für ein Tölpe. Ich gebe mir dein Schiff. Ich weiß, du willst mich nach Hause holen, Kenway. Ich schätze dein Vertrauen. Doch Nassau ist am Ende. Und ich bin es auch. Das sehe ich anders, mein Freund. Jedoch kann ich es dir nicht verübeln. Du suchst immer noch nach diesem Weißen? Aye. Bei einem Überverletzten hörte ich, dass ein Mann namens Roberts ein Sklavenschiff betreibt. Die Prinzess. Danke, Thatch. Nun stehn ich da wie ein fassnasse Fische. Lass uns meinen Ruhestand feiern. Entkork dem Mann sein Frühstück. Kauz. Das sind ein paar Flaschen übrig. Das sind ein paar Flaschen übrig. No, no, no. Du schnick sie. Wo ist das? Hallo, Männer, Leutnant, bist du jemand? Hm, bin ich hier? Alles, was sich bewegt. Es war ein Deserteur bei Ihnen, der mein Gesicht kannte. Ich schlitzte ihm die Kehle auf, bevor er mich anschmerzen konnte. Hat jemand gesehen? Glaube nicht, Sir. Glaube nicht, Sir. Doch ich fürchte, Kenway hat Verdacht geschehen. Iben geht nicht viel. Erzählt von diesem Strand. Oh Gott. Erzähl mir von Edward T. Was ist das für ein Mann? Sein Name ist Thatch, Sir. Zumindest nennt er sich so. Ein ganz verrückter Hund ist das. Reichlich lose Pflanzen, Sir. Details, Mann. Hör auf mit dem Gefasen. Nun, Sir, er trinkt sehr viel zum Beispiel und hat ein eigenes Getränk. Ein ganz normaler Rumpflip, aber mit einer halben Ladung Schwarzpulver zum Abrunden. Hab ich richtig gehört? Er trinkt Schwarzpulver? Oh, fuck off. Oh, nein. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Wo ist mein Schiff? Ich nehm mal Schiff. Schiff. Mal Schiff. Hallo, mal Schiff. Schiffeli, Schiff. Schiff, 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 Schiff. Mein Baby Schiff. Mein Schiff. Brennt mein Schiff? Oh, nee, mein Schiff brennt nicht. Schiff von Schiff. Schiff. Schiff, Schiff. Doe das. anywhere the hell ist das, Calwhere? Merz euch diesen Tag. Heute schicken wir die besten des Königs ins Christian. Chill doch mal, Junge. Gebt den Befehl, Sir! Feuer! Feuer! Steuer, Captain, du reißt uns in Stücke! Gebt den Windkraft! Börser, da! Öffnet die Hauptsegel! Feuer! Na, der Treffer können Sie sie laufen! Feuer! Auf deinen Zeichen, Captain! Gefeuert! Feuer! Ender die Kurs! Oh, fuck off! Segel setzen! Hauptsegel rechts! Großsegel rechts! Hol die Marssegel ein! Feuer! Ja, hey! Ha, ha, ha! Feuer! 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 Ein gut platzierter Schuss! Was? Das kann man nicht verwegen, kann ich einen Dorn, ne? Geht's. Na gut. Dann auf ein neues! Jetzt wollen wir zu, wir sind mit mir. Okay, los geht's. Sind das voll und sind das nette Schiffe? Okay. Feuer! Dann rein zu schießen, Captain! Okay. Feuer! 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 Ich geh rum! Zieh rum! Zieh rum! Zieh rum! Zieh rum! Shut the fuck up! Oder wie war das? Feuer! Zweitens, followers! Das wird uns versenken. Feuer! Schieß da hin, Sir! Feuer! Sind wir eins da? Hütte sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Da ist die Durchschlagstelle! Feuer! Feuer! Schieß da hin, Sir! Feuer! Da ist andere da. Feuer! Ach so, bitte versuchte. Feuer! Schieß da hin, Sir! Feuer! Das wird sie versenken! Feuer! Wir haben getroffen, Sir! Ich hab' dir noch getroffen, was ist das? Was ist das? Ich hab' dir noch getroffen, was ist das? Ich hab' dir noch getroffen, was ist das? Ich hab' dir noch getroffenen. Ich hab' dir noch getroffen, was ist das? Ich hab' dir noch getroffenen. Was ist das? Ich hab' dir noch getroffenen. Wir werden euer Korb sein! Ach. Warte, lass mich doch mal schießen, verdammt. What? Ich wollte euch allen zwei machen. Nein! Och Gott, verdammte Axt, Mann! Was ist denn los? Komm schon. Okay, naja. Komm, wir wollen mal ein bisschen rein. Achtung. So, ich lass mich mal an das Kanunchen ran. Ja. Na geil, was ich alles kaputt machen muss, ey. Krieg doch keinen Arsch hin. Ja. 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 Was ist das denn? Ich weiß, Schatz. Oh, fuck. Nein! Oh, Edward. Ich muss erst nach oben. Ich muss nach oben. Edward. Hof! Edward. Edward. Ich ruf mit dir jetzt. Wir müssen weiter rufen. Wir müssen weiterrufen. Das ist ein Nae. Hallo? Schöpfen! Da! 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 Ja, ja. Strafmy się niż być. Schraczają. Nie! Nie! Hysam! Nie! I'll go! Nie! Fetch! Blackbird! Nie! Nie! Stać! Nie! Zaję! Zaję! nein 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 Blackbird Geh weg Jogen, ich muss ein Steuern nein Blackbird Mein Blackbird ist tot Alle Jungen, du sollst doch nicht hier... Was machst du? Gib Gummi Nein Hätte ich schneller sein müssen? Scheiße So scheiße Okay Jetzt bin ich sauer Irgendwie schneiden Oh Wie komm ich denn jetzt schnell hier hin? Von hier aus Von Tulum Blackbird Mann Ist doch scheiße Extrem scheiße Leute, ich will doch wieder aufs Schiff Ei Ja Ja Weil ich den Seestechen angehen Das war mir gerade außen, das war da Blackbird Weird Der war cool wie sauer Der ist denn da vorne so schon wieder los, was sind denn da so viele Schiffe Alle vorne, okay Ja Nein Ja 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 Nee, echt jetzt. Nee, ich will also hier rein. Junge, der Sportseil ist ja kontrapositiv. Was ist hier rum? Ach so, ein Bullshit. Das ist ein Bullshit-Jobber. Feuer! Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Feuer! Teuer! Ihre Fahrstelle ist ungeschöpft. Feuer! 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 Feuer!